Hallo, du Freund. Oh. Ich hab auszusehen, B dazwischen kann man. Let's mal auspassen. Auspassen, ja. Mach ich auch mal. Ups, eigentlich wollte ich positiv sein. B kommt. Hallo, B. Ja, alles stimmt. Bombe B, Bombe B. Glaube ich immer noch nicht. Ich hab leider auch schon meinen Nade geworfen, das war nix. Ja, das war bis zu zweit. Jetzt kommen sie langsam. Oh mein Gott, zwei Mittel. Wir machen mit das durch. Ja, aber alle B. Ja, aber alle B. Keine Chance, das ist viel zu hohe Distanz für mein Alter. Wie soll ich mit der Pistole so weit schießen? Russ fahren. Der wächst mal einen guten Trust Faktor, ey. Ja, oh jetzt bin ich. Wie kommen soll ich zu mir wieder umdrehen? Die gehen doch gerade komplett im Kreis. Der Russ ist seinen Namen noch nie geändert. Naja, läuft schon wieder. Hodder, geh mal mit oder die Runde direkt? Ja. Ja, aber Hodder, man kann doch seinen Namen, seine Namensänderung mittlerweile unsicher machen. Nein. Nein? Kannst du nicht, ne? Da hast du einfach fünfmal Green Player. Sollte man das nicht mehr können, das haben sie doch extra reingefügt. Oh, sehr schön, oder? Gut gemacht. Oh, mein. Keep work. Pass auf. Ich hab gegen Taten. Ist okay. Ich hab noch 10 AP vielleicht. Noch einer, noch einer hier top sick. Also da, sunroom, playground, outside. Ja, Dardash hat die Bombe. Ich hab nur 20 damage gemacht. Der Typ hat andere übrigens. Die Bombe liegt übrigens in der Mitte. Der Typ hat auch 50 AP. So. Erinnert von ihnen, dann noch 50 AP. Einer a-Spot. Der andere ist im Mitte und der andere ist. Na. Mitte hinter dir. 40 in 1 Noch einen Enco Warum spielt ihr eigentlich kein Faceit? So viele Fans spielen die nicht So eine Kinderkacke da Nur wegen Bittenmeinen oder was? Als ob ich Geld scheißen würde, um mir da Premium zu holen Brauchst du noch nicht Also wenn Faceit zuschaut, könnt ihr mal eine Beschäfts E-Mail schreiben an Dalu Genau, wenn ihr zahlt, ok, dann sagt Bescheid, dann bin ich morgen Dann bin ich da eingeloggt Auf B S plus Rang oder wie heißt das? Mitte sind zwei übrigens, nochmal so Ich spiel nicht so eine Werte Ja, Mitte ist durch Ja Puss Er fällt echt Mitte noch Da kommt einer mit 21 auf dich zu Das erste Mal, dass einer jünger ist Das erste Mal, dass einer jünger ist Warum haten mich eigentlich alle im Chat? Gar nicht Ja, ist ja kein Diss So ein paar Wahrheiten Funny Jokes Von ein paar Insecured 12 Jokes Aber sagen wir mal Funny Jokes, ja? Nein Wir haben schon ein gutes Team Um Zweiter zu werden, reicht Wir können halt nur kein CSFs, also Ich halte übrigens nur eine Off-Engel-Fall Boah, krass Er hat mich gerade, Yellow, mit der Deagle gehittet Durch Main Ist das ein Ding? Ist das neu? Das ging schon vorher Das gibt es seit 6 Jahren Drei Schüsse haben wir gehittet Da sind zwei Leute Boost, Mitte Kommt einer, kommt einer Mitte? Ja Oh nein Der war Oberkill Noch einer Yellow und einer Mitte So eine Runde Ja Ja Das war eh nix Was passiert? Wenn er ein Yellow underplained Ja, Yellow, schön Komm schon Jungs Hinter Red Du musst was machen, nicht ja? Warte Ey, ey Ja, können wir was so ändern Was für toll auch Sorgen Das ist der Russe übrigens, der mich auch durch die Wand erwischt hat mit der Deagle Ja, du kannst da aber durchwängen Ja, aber das war sehr gezielt, sagen wir mal so Aber hey Let's go people Let the hate flow through you Warte hilft mir wieder mit dir, sehr schön, danke oder? Er hat aber auch einfach keine Coinen Und No Coiner werden direkt reported eigentlich Ich hab den auch schon Er ist ein No Coiner gets reported Okay, 50 Damage mit So, da seh ich ihn Der hat 40 AP noch Schon wieder der Sehr schön Kossen Minus 50, Schmitte Ich werd auch easy global nur mit 15,15 Unentschieden Unentschieden ist ein Win für beide Seiten Und das ist ein Win für mich Und das ist ein Win für mich Wo? Du bist der Letzte Der Leiche Von dem T Das liegt aber auch, dass wir so eine Off Season 8 Map spielen, ja? Wir spielen eine Off Cobblestone Map, das ist das Problem Ich glaub eher, dass ich dich save, oder? Ja, ja, klar, was hast du denn sonst wo gehabt? Ich wär gegen 1 Ja, probier's nochmal Vor allem dann in einer halben Stunde, wenn die Bombe schon gelegt war Ich hatt's probiert, items Weak Zendorzel Vielen Dank für den Sub Sieht man die Waffe hier? Wir sollten wirklich mal wieder mit spielen Nein Vor allem die gute Map Was spielen? Wir sollen einfach Cobblestone zurückbringen, weil es keinen Grund gab, die rauszunehmen Ja, aber das alte Cobblestone Von mir aus alle Versionen Ich bin für eine Cobblestone Season, wo du zwischen allen Versionen auswählen kannst Da sollte man auch Season zurückbringen, ja? Ich hoffe, die neue Operation mit Operation Cobblestone Erstmal der Vape ziehen Mit ganz viel Cobblestone-Maps Ganz viele Cobblestone-Versionen Ja, mit einer Version Mit Water, ohne Water Mit Coffins, ohne Coffins Ich hab einer noch mal Boost-Spot Ist ganz sicher Main steht einer Da schießt einer auf jeden Fall Da schießt einer auf jeden Fall Ich helfe ein bisschen Vax Ja Ja Ich kann dir nur nicht sagen, ob da einer links in Main drin steht, wenn du hochkommst Ja, ist gut Der da Moeli macht aber auch Hartschaden, oder? Ja, du hast ja auch drin getankt, ja? Ja Ja Der Russe ist da ohne Grund Also die Runde haben, ne? Ganz nice Lehmann ist rechts, äh, VB Oh, da, du brauchst Hilfe Ja Und ich glaub, Ben kommt rein, ich bin mir nicht ganz sicher Aber wer hilft mir? Ja, wenn das drin Ja, wenn das drin Ja, keiner Du warst geflasht, oder? Ja, ja Ja Brauchst du nicht Der Einzige, der geflasht, da waren die Gegner von meinen Skills Ja Ich war nicht geflasht, ich hab ihn nicht gesehen Der kommt einfach raus Ich hab's auf dem Radar gesehen Da ist der Punkt, der war schon durch Items, kannst du einmal droppen, bitte? Lass mich sich carryen Ich bin übrigens auch auf Platz 1 Wer wächst? Ja, geil Ich, wer wächst Er bedankt dich Shit Ja, das war Versuch wert, würde ich sagen Mein Dank Ich, ich hab versehentlich, äh, auf die falsche Schasse gedrückt Wollte den Flug abfangen Ich hätte keine Chance, also Grenade out Mitte ist durch Mitte ist durch Ja, Mitte ist durch Ja, Mitte ist durch Wächst, du musst ein bisschen reden mit uns Äh, Highway Highway Wenn, wenn er gesmoked ist, dann kriegt er kein Wort raus B Könnten jetzt B drauf sein Sind B drauf Am Ende kackt die Ente wegs Ganz sicher, ob das ein normales Sprechwort ist Eine Vor-P Schön Iso, guckst du nach rechts? Iso ist der letzte Weil der andere gerade eben Der andere war gerade eben noch Würmchen, äh, hier Würmchen 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 Zeig mal den Spot Zeig mal den Wo ist denn Würmchen 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 ist der Bereich auf Nuke, wo die Tees für Lobby rein lauft W-öhrm-öhrm! Das ist halt wirklich so Ah, einer low. Das ist deine, Hodder. Mach doch jetzt! Ja, dann nicht! Ja, ist doch okay. Oh, das war mein. Es ist... Ist bitte wieder offen weg? Nein, ich habe nur einen ganz kurzen Pika auf B gemacht. Der Twitchy ist tot. Seine Leiche wird weiter von mir angeschossen, für den Fall, dass er nicht tot ist. Das wäre mal dein erster Call, aber falsch, so eine Lüge. Wuchels und Dermo auf euch beiden, vielen Dank für die Subs, beziehungsweise Re-Subs. Und das spielt wie der letzte Bot, ey. 7, 6, 5, 4, 3. Geil! Ja, wow, hallo! Moment, ich habe eine positive KD. In jeder Runde einen Kill machen, okay? Wer hat die Smoke geworfen? Nice, Vex! Ich habe halt scheiß Dreck verstanden. Ich habe halt scheiß Dreck verstanden. Bombe ist Mitte down. Du dummer! Oh, ich gehe mit 5. Ja, die Bombe ist ja Mitte down. Highway. Highway. In der vor Sandsecken. Highway ist Thomas gesmoked. Vor Wind, vor Wind einer Mitte. Kommt jetzt Mitte rum. Main, Main, Main. Main, Main. Er will ja, wir wollen nicht. Noch einer Mitte. Highway. Ổ! Hau! Ja, Whitebox! 2 HP! Wo geht er hin? Ich glaube... ...p. Gut, dann bleibe ich hier. Nimm einen Pistil, der hat 2 HP. Kein Scherz. Als wenn ich mit dem Pistil etwas treffen würde. Jetzt! Okay. Lass sein, geh weg. Mit der AWP hätt ich ihn getroffen, ich bin mir ganz sicher. Dann nimm doch die AWP. Ne Piste! Musst du nicht aufm Schirm? Dann hätt ich Eier gekriegt, wenn ich mir das AWP nicht gekillt hätte. Alten, hast du einmal trocken, bitte? Ja. Da. Bexter liegt auch noch für dich. Danke sehr. Können wir nicht mit dem Battlefield spielen. Ist ein guter Shooter. Also, ich hab Spaß. Ne, du schlachterst uns nur aus für Videos. Das stimmt. Ich glaub, die sind schon durch, oder? Ihr braucht Hilfe, Horde! Jetzt weiß ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil ich dich nicht sehe, weil ich Spot stehe? Was? Dann bewegt dich! Okay. Ich hab einen. Ja. Hallo? Ich hab zwei. Ist okay? Ich hoffe, der Knalle ist aus dem Wind raus. Er hat AWP. Steht Mitte. Beide Mitte. White Box. White Box rum. Geht Highway hoch. Ich glaub, wir sollen uns jetzt bleiben absprechen. Der wird zwischen oben sein Items. Also, jetzt reicht's nicht. Ne, ne, ne. CC Base! Mal rechts. Okay. Und der Angriff auf B. Böhmchen. Da kam B, ja. Der ist ein Cowboy. Der ist ein Würmchen. Das Würmchen! Du kleine Ratte, ne? Yes, wild. Alter. Niemals. VB. Maurizio. Nein, nicht! Nein! Nein! Jetzt! Nein, der ist links. Das ge... Warte! Bleib! 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 Die Bombe ist im Schacht drinnen. Daumen gewesen. Ja, ich glaub auch. Was jetzt wirklich? ABP habe. Sehr gut. Ey, Dems! Das weißt du auch, Dalu, dass die da drin ist. Das weißt du, Dalu. Ja, aber er ist ja trotzdem alleine drangekommen. Ja, ich wusste das. Da bin ich das Wissen. Ja, ich wusste das. Feck! Ja! Hauter hat deine Aave gefangen. Ja! Gib's dir mir durch. Ich zeig dich an. Ich zeig dich an. Ja, da hätte ich natürlich auch angst. Wait, hast du mir gleich gegeben? Was ist denn in meine Richtung geworfen? Nehm vier. Ne, die hab ich. Hast du? Ja, okay. Dann hast du Pech. Dann wurdest du zweimal abgezockt. Du hast sie mir in die Arme geschmissen. Ich hab mich noch nicht mal bewegt. Mit heute spielst du einfach nur Scam. War da was, Dalu? Ja. Aber kein Gegner. Okay. Meee! Max wurde geglockt! Auf! Ja, auf! Ja, aber auch Nahkampf. Ja. Ja, das ist Z. Wir kommen ab. Alter, schieß doch nicht von vorne rein. Was soll das? Wir pre-fyern alle. Er hat meine Waffe gesehen. Der Wurfer hat noch 70. Irgendwo noch Unsicher worden? Mach doch jetzt irgendwas! Das Ding ist, jeder Flame gegen Cheater kann ich meinem neuen Video hinzufügen. Hä? Was hast du gegen den Affen von Tarzan? Den Affen von Tarzan? Oh mein Gott. Das ist fast so schlecht wie sein genervt-Witz. Ich auch nicht schlecht. Ohne Scheiße. Ich weiß, warum wir einen Monat keinen Counter-Strike mehr gespielt haben. Keine Diegel habe ich, da liegen zwei Diegels vorne. Die ersten Leute haben schon 10 Tode erreicht. Die ersten Leute? Ja, alle. Das ist auch ein guter Gegner, ja? Oh, jetzt ist das. Das habe ich bis auf B gehört, ey. B2. B2. B-Push ist jetzt drauf. Er ist Main, 80. Schön. Die letzten beiden sind B. Ja klar geht der Wend nicht kaputt. Durch das Spiel, Alter. Habe ich auch gesehen, dass das dich getroffen hat. Ach du Scheiße. Oh, gegen einen und der hat eine AWP gehabt. Dem Stigger kannst du gleich abreißen, Aldams, wenn du den nicht holst. Ja, Stigger. M-A-G. M-A-G, lol. Alles klar. Das musst du aber auch für Sixty machen. Erstmal blenden, der Typ. Ist das für A? Oder je baitet der? Okay, könnte CT kommen, ey. Na gut ab, ey. Das ist A. Aldams, es kann ja noch einer von links kommen. Das ist sehr komisch. Was machen? Hast du das kein Kit? Ja. Also wenn du Shift loslässt, bist du schneller übrigens. Kannst du aber auch den AWP was ganz leichter machen, wenn du willst. Moly? Und dann Diffuse einfach wirklich crazy. Und dann Diffuse einfach wirklich crazy. Und dann Diffuse da auf und ab stehen. Ich war so... Push ihn doch. Push ihn doch. Push ihn doch. Ja, hau ab halt. Was? Was? Oh mein Gott. Schön, dass du das Kit gekauft hast. Das schafft er nicht mehr. Nein, hab ich nicht. Das war ja der. Aber ich fand's gut, dass du B noch gehalten hast. Nachdem die Bombe gelegt. Ja, das ist gut gewesen, ne? Ich glaube, seine Shift-Taste war kaputt. Wir waren keine Backseat-Gamer, weil wir genau da waren, wo er auch war. Wir haben ihm Tipps gegeben, okay? Wir waren... Wir sind im Spiel. Wir haben ja auch... Wir haben nicht gesagt, was er machen soll. Wir haben nur kommentiert, was er tut. Wir haben nur gesagt, was er falsch macht. Das seid ihr gewohnt mit... Ich mag meine Shift-Taste. Die ist toll. So, da komm. Versuch einmal was richtig zu machen. Okay, ich push. Okay, komm. Machen wir jetzt. Action Jackson. Ja, nice. Weiter, weiter, weiter. Ja, weiter. Den hast du jetzt low. Der ist einer Mitte. Halt du da, ich komme über T-Base. Er weiß, dass du T-Base kommst. Klar weiß er das. Letzter ist... 15 AP kommt da auch, oder? Den hast du. Das ist dein 4K. Das ist dein Moment 2019. War ein bisschen weniger cool. Das solltest du als Demo aufnehmen und deinen Trill schicken. Ja. Das, dein Bewerbungsfeld. Besser wie jetzt schlicht. Ja. Hallo, das war krass. Gib mal was. Komm, mach was mit der AWP. Okay, ich mach was. Wo es wächst? Hier. Ja. Nicht. Aber was? Um was geht es? Schön still halt. Hättest du das mal gemacht, ey. Nein, nicht, dann wär ich gekickt worden. Hättest du lustig gefunden. Mach grad die Gegner ein bisschen mehr. Tch. Ah, ah. Ah, ah. Ich war so full die ganze Zeit, Alter. Da sind noch 4 Leute am Yellow. Also, 10 noch 5. 10 noch 5. Du kleiner B. Ja. Hinter Yellow eine. Hinter, Gabel Statement. Oh, die Neldung war gar nicht so schlecht. Okay. Rechts und nach. Schön. Gute Neldung. Der müsste Main sein, oder? Ja. Oh, oh. Das reicht nicht, Hodder. Hast du ein Kid? Oh, oh. Hodder. Geh weg. Renn so weit du kannst. Die Bombe geht hoch. Es reicht. Es ist vorbei. Ich hab das, äh, ähm, das abwertende Klatschen von Dadosh nicht als du hast den Kill geholt gewertet. Ich hab nicht geklatscht. Irgendeiner hat geklatscht. Ich hab geklatscht. Ja, das wirkte so abwerten, dass er noch am Leben ist. Ich hab das nicht als der letzte Gegner es tut. Das war, nee, das war halt. Hallo? Ich klatsch einfach langsam. Ja, das ist dann sarkastisches Slow-Klappen. Ich hab, das war das hier. Ne, wobei, ich verstehe, was ich meine. Ist das ein Team Review, oder? Ich hab gar nicht gemerkt, ne, dass ich bloß nur zwei oder drei Schüssel der Waffe hatte, ey. Ich hätte schief gehen können. Mitte ist wahrscheinlich bald durch. Oh, hier sind drei Gegner, hier sind drei Gegner. Viel Spaß auf B. Mitte ist durch. Ist nichts. Ja, noch nicht. Main durch. What the fuck? Vor Vent. Hallo, wer ist da? Seid ihr weggerannt? Ja, weiho. Ja, komm K. Oh, das ist schon die Bombe, ey. Okay, Hörder, das ist dein Moment. 2019. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Seltsame. Nein, weißt du nicht? Und der letzte kommt da? Nee, kommt da. Eben Schuss. Oh, nein. Wie predict? Der hat sich selbst geprankt. War das schlecht. Der Typ, der von oben unten gesprungen kam. Man hat's auch nicht gehört, ey. Du hörst die ganze Zeit das Metall. Okay, ne. Wexler hattest du dir jetzt dissen können, weil der hatte dich auch beleidigt. Ich hab schon wieder vergessen, was du gesagt hast, so irrelevant war die Aussage. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwas mit minus 4 oder so. Ach so, der Gegner meinst du? Ich hab mal ein Hotter gedacht. Ach so, ne. Ach so, ne. Ach so. Ich hab die Gegner gemoven. Schon fast irgendwie quenkel ich da. Du willst mal sehen. Ich glaube, ich bin absolut null salty gerade. Nee, ich wollt's auch gut, dass das anspricht. Ja, ich wollt's auch mal noch. Ja, also. Ich fühl mich auch. Ich hab auch echt schlechte Laune dank euch wieder mal. Es scheint wieder katastrophal mit euch. Jo, Ben, geht auf. Weißt du, viel zu wenig Subs dafür. Ich hab die Bombe nicht. Die Bombe! Ach so, ja. Da fände sie eine. Die habt ihr erst mal irgendwo hingelegt? Hinter uns. Hinter uns. Wo ist er denn? Wo war der? Rechts. Ich glaub, der kommt links. Klassischer. Nice. Nochmal, B. Komm. Kim, Kim, Kim. I-2. Hm. Wollte ich mir damit sagen. Hattest Kuh vergessen. Minimi, ich glaub, da kennst du mich halt dann absolut gar nicht. Also. Null Mad heute. You must be you here. Ja, da ist nix. Wurde ich B gecault eigentlich als Pro. Niemand hat hier irgendwas gecault. Das ist ja gut. Außer, dass da Luzotti ist. Niemand davor. Ja, richtig. Solti. Hotter! Ja, das ist schon wieder der Akkonsprobleme. In der Stimme. Ah, er hat sich ja wieder Zeit gelassen. Ja, ich hab voll Damage bekommen wegen dir. Ja, dann kann ich schon nichts dazu machen. Ja, na klar, weil du so langsam umgezogen bist. Nein, heul mich rum. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Halt! Oh man. Yo. Rals, Maul, Alter. Kraftig. Was war das denn? Sonst was ein Rals, maul. Mir hilft die Hondas hin. Falls du die nicht willst, hier ist ne Mc10, ne? No, 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 no. Ich kenn dich besser, als du denkst. Ja, das glaub ich leider nicht. War ein bisschen cool, wie da ich ehrlich bin. Er hat ein Affen-Emoji gepostet. Kapuz ist zweiter Kauen. Ich bin Mitte durch. Erstmal, mach dich nicht mit meinen Sprachfehler lustig. Das nennt sich Schwäbisch. Mitte durch. Hallo, stehen Sie da nicht Main? 40 AP und ist... Was? Schachter. Chakas. Vielleicht einmal? Ah! Vielleicht hat da Mimi schon mal Videos von dir geguckt? Ja. Ich kann Menschen sehr gut lesen. Du bist ein offenes Buch. Ja. Man kann mit der Laune mit Prime-Subs schneiden. Jeden Monat umsonsten, Leute. Wenn ihr den noch habt, er braucht ein Klick entfernt von einem guten Witz. Nein, Quatsch. Vielen Dank an Twinshooter, Senhuan und der Brotmann. Kannst du auch mal da durchlesen, weil der ist voll krantig. Könnten wir nochmal auf die Sache eingehen, dass Wechs gerade sein Doch auf Schwäbisch geschoben hat? Ja? Ist ja auch so. Ich bin Schwabe, du Baum. Ja, sag du mal durch. Norik. Das ist genau gleich. China. China. Einer red links und einer red rechts. Apo. Und einer Apo. Drei gegen drei. Einer Toxic Barrel. War nicht drauf. Einer hinter Yellow. Hotter links. Einer Gable Stapler und einer red. Nein. Dadurch gibt der jetzt bald Backup. In einer Stunde. Er flasht einmal. Vor red. Vor red. Oh, stark. Drop mal. Oh, danke. Items. Du sollst die Waffe weitergeben. Du sollst die Waffe weitergeben. Jo, gib mir die AKs Beine. Nein, Wirchs. Du kannst kaufen Wirchs. Das eine. Oh, nein. Ich hab sie gar nicht. Hast du das? Ich. Warte hier. Nimm mal die Bleche. Nimm mal die Bleche. Die hier. Das ist ein Glock. Ja, mach mal eben. Glock, Junge. Dankeschön. Na, Aume. Pusch doch rein in die Flash. Das CD. Ich kann's nicht glauben. Ich dachte, du müsst mir irgendwas zeigen oder so. Ich kann's nicht glauben, dass ich auf die dumme Scheiße reingefallen bin. Ich will eigentlich nur disconnecten. Ja, ist so low. Wie hast du ihm gegeben, hä? Minus 22. Wieso? Planted. Ich hab ihm Minusdeck 23 gegeben. Ja, dann hat er 10er PS CD. Oh, mein Gott. Ich schaff's. Planted? HELP! Oben. Lebst da oben. Okay, verloren. Oh nein. Das war's. Und tschüss. Aber er schafft er nicht mehr. Klar. Hat er Diffuse gehabt? Selbst ohne. Oh shit. Nee, ohne hätte er's nicht geschafft. Voll wegs. Der Molly war fies. An den Mimimi, oder Mimimi eher gesagt. Du hast nicht deine Meinung gesagt. Du hast eine Behauptung aufgestellt. Ist das so wichtig? Ist das ja crazy. Ja, ich glaub, weil er jetzt halt dadurch halt gedisst wurde und es ihm irgendwie da geht. Oder whatever. Aber du hast ja... Wenn er dich kennen würde, hat er das nicht geschrieben. Du hast ja keine Meinung geäußert, sondern du hast ja eine Behauptung aufgestellt. Und wenn du dafür Gegenwind bekommst, damit musst du halt rechnen. Vor allem, wenn es halt gelogen ist. Und wenn man dann auch so einen Spruch bringt. Ja, bitte. Die White Box. Weil ich recht habe und du sagst. Ja, das ist halt der größte Quatsch. Ich glaub, dass das... Schulfrei gerade. Ich weiß nicht, warum das einem so wichtig sein muss. Also... Die Aussage ist halt immer als alles... Ich mein, dass er denkt, dass du in Geschlechtsdorf fährst. Keine Ahnung. Kann man... Komm. Kann er halt rein interpretieren. Und ich finde gut. One on one? Oh ja, du hast recht. Der ist klar. Du weißt... Komm. Mach den. Oh mein Gott! Oh Mann! Ey, ich spiel doch dieser Klobe. Werden wir von der Aussage, ne? Erstmal muss ich gucken, was da auf dem Boden liegt, oder? Ich wollte einfach nur sicherstellen, dass ich den Klo hole, ja? Und dann hab ich... Ich guck erst mal eine Minute 100... M4? Ja, mein Gott. Ich weiß nicht, was da liegt. Ich musste ganz überlegen. Also... Oh. Ja, Sony hat den Satz nochmal gepostet mit dem perfekten Emote dazu. Warte, warte. Dieses Dope. Die neuen Emotes sind auch gut. Ist das von dir? Mit Daumen. Alter, kassiert. Noch einer Gable Stapler. Alter, jetzt gibt's einen Drive-Fly. Einfach so. Der Kopf hat sich geduckt. Der Kopf hat sich geduckt. Der Kopf hat sich geduckt. Ich kann danke dir. Das machen wir. Acht. Immer noch Gable Stapler. Ach, Mann. Ähm. Ich hätte gedacht, der tut ihm nicht. Könnte sein, dass das der letzte auf A war. Von hinten kommen, oder CD? Freaky, kannst du mir einen Gefallen tun, hau den mal bitte ganz raus. Jetzt, wo er eh gehen wollte. Jetzt, wo er eh gehen wollte, mach mal die Tür hinter ihm zu. Ich glaube, dass das einfach nur ein Troll war. Ja, kann sein. Aber ist ja dann egal. Nur ein sehr unlustiger Troll. Ich hatte, das hatte ich gestern, das hatte ich gestern auf YouTube. Das war genial. Also, ich hatte ja heute Morgen wieder Kommentare gelesen. Und da war einer, der hatte um vier Uhr heute Morgen angefangen, Kommentare zu schreiben. Aber nicht nur einen, so richtig viele. Also, der hat, der hat, der hat mich anscheinend auch, indem er sich die ganze Zeit Sachen ausdenkt. Bei Dota, hat er drunter geschrieben, hat er erst mal auf alle Kommentare geantwortet und sich halt irgendwas ausgedacht. Zum Beispiel, dass der Gegner absichtlich gelieft ist, damit ich das Video hochlade. Hat er später die Lobby geschrieben und so weiter. Weißt du, das war so einer, der letzte Gegner war so ein Russe gewesen. Der wird bestimmt die Lobby verlassen haben, weil ich damit das Video hochlade. Das reicht leider. Hä? Oh nein, oh nein. Zwei Stück. Und noch einer da, durch den Event. Da hat sich die ganze Zeit so ein Quatsch ausgedacht. Da frage ich mich auch, was da schief gelaufen ist. Die Leute haben, dass wir einfach viel zu viel Zeit haben, um die Scheiße zu machen. Also... Ne, ich frage mich eher, was willst du damit bewirken? Also, er hatte wirklich so neun bis zehn Kommentare geschrieben. Auf andere Leute drauf geantwortet und so weiter. Für 30 HP. Bist du die ganze Zeit geschlichen, als ich da gekämpft hab eigentlich? Nein, ich hab nach hinten abgeaimt, weil er in der Mitte aner war. Sein Handballen liegt auf Schiff. Seit wann verlieren wir? Den du nichts mehr machst? Wir hatten vorhin drei, fünf. Ja, okay. Alles klar, die Gegend ist einfach gut geworden. Okay, eine Echo Mitte Rush. Eine Echo Mitte Rush. Ja. 400 Kamba. Neißer Klau, ey. Hab ich gern gemacht, Mann. Ich glaub Z kommt, oder? Wahrscheinlich. Ja, Z kommt in der Zahn, oder? Moment, ich hab ihn gleich. Wartet, Leute. Ich hatte ihn! Mann! Der war low! Was hast du gemacht? Ja! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat sich super krass bewegt, das hat man nicht gesehen, weil das nur ein 60 FPS Stream ist. Aha. Er war mal links, rechts! In dem Moment, in dem ich geschossen hab. Sein Kopf hat sich geduckt. Ich weiß, du hast ganz erwischt in K, ne? Ja! Oh boy. Ich hab so Angst, Mann. Schöne Flash. Der kommt hinter dir! Nee! Nee! Highway! Schön! Boom! Nice! Ich bin defused. Ich bin defused. Tja! Ja, gut, ne? Gut, gut, Eko. Ihr habt euch alle von einholen lassen, weil Dalo verkackt habt? Nein! Warum wird hier gelacht eigentlich? Erstmal möcht ich, bevor ich schuld war, war weg schuld, weil er sagt, da kommt einer Z und rennt trotzdem weiter und guckt nicht hin, wird dann in den Rücken geschossen, da kam ja wirklich einer! Danach war ich schuld, ja und dann hast du es halt richtig verkackt, weil der war safe. Ja, mein KS in UnHotter war zum Beispiel gar nicht aufgeführt. Nein, Mann! Warum ich? Alter, MP pusht mich Main, hat eins rein. Das ist gar kein Smog gewesen, fällt mir grad auf. Das war klapp, wa? Du kannst ja nicht steuern wollen, sondern nicht, ey. Ich versteh's nicht. Ich krieg nichts mehr mit. Ganz viele Subs. Ja, ich hör nichts. Der Hamster wieder. Der Hamster ist wieder da. Da hat ein Freak, geil. Er ist weg. Will er mich verarschen? Hä? Er ist einfach zerrein. Es sind noch vier im Leben, wo sind die alle? Wie ist der durchgekommen? Da durch? Habe ich, easy. Der kommt upper, der kommt oben. Ja, okay, oben einer. Und, 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 C-Base. Items! Wie hast du dich denn holen lassen? Von dem dritten von den vielen. Woran war ich schuld? Ich bin seit Anfang der Runde tot gefühlt. Was war ich? Ich kann ja so... Wie kann er so... Dardos chillt, C-T, lässt einfach den upper durch. Hamster, ich hör nichts! Hamster, vielen Dank für die Subbomb. Mann, Hamster! Hamster, Alter, das war wieder deine Schuld. Sei da nicht so sold. Wenn wir das Match jetzt verlieren, wirst du nochmal 10 Subs legen. Dadurch ist wieder schlecht drauf, ey. Ich bin ja richtig schlecht drauf. Weil ein 10er Subbomb wird jetzt noch einen Lacher bringen. Nein, Quatsch. Suryan, vielen Dank. Und drei Martins auf dir, vielen Dank. Ich wusste nicht mal bitte einer. Das machen wir schon seit drei Matches, Alter. Bist du dein Scheuer oder so? Alter, der Z hat nix! Der tankt das weg! Du Scheiße! Da kam... Da kam welche Maiden rein! Ah, Main! Ach du Scheiße! Z nimmt immer noch, oder? Nee, Z ist down. Nee, Z ist down. Der hat sich Wex gegönnt. Der hat mir beide gegönnt, ja. Snacks. Wex, mach die Snacks. Da waren zwei drin, Wex! Nein, Wex, nein! Jetzt kommt er raus! Ja, okay. Gott, der bitte? Nö. Okay, cool. Ey, der war gut, Dardosch. Drei Killst du übrigens? Ja, geil. Du bist immer noch Leinster. Wie bin ich immer noch Leinster? Das sehe ich jetzt in den Kill. Wenn meine AWP haben? Ja. Nee, du kannst nicht... Mach jetzt! Wenn... Jetzt gib! Kauf dir ne Galil oder so! Jetzt... Du bist auch schlecht, man! Du bist schlecht! Na, mach! Komm, weg jetzt doch hier, Alter! Nimm die Bombe mit! Nimm die Bombe mit! Hotter! Doch! Mitte push! Mitte push! Ja, hat was dagegen, ja. Mitte push? Hast du mich grad schon Team killen können, bitch! Geh an! Ist das häufig? Nein! Einer low! Einer red! Das war ganz schön... Ich hab aber auf den Gegner geschossen, der da stand. Geh jetzt raus, ne? Der ist weg! Ich glaub's nicht! Mann, du stolz halt im Weg! Mitte push! Mitte push! Tür rein! Tür rein! Tür rein! Tür! Würmchen! 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 Sönke! Ich muss ein... Würmchen! Mach doch! Plante doch! Hallo! Ey, habt ihr schon mal Counter-Strike gespielt? Das ist ja auch noch ein anderer! Wieso lebt ihr noch zwei, wenn ihr die ganze ganze Säule lebt? Los! Einem! Zieh doch erst rüber, wenn einer tot ist! Hellwege, Plante, du wärst wirklich besser gewesen. Das ganze Match geht auf Yalu übrigens mit der Z-Situation. Ich bin 340 geworden, ja? Ich bin letzter geworden, ne? Ja! Du bist nicht letzter geworden, ja? Du bist nicht letzter geworden, ja? Ja, wie doch! Du hast so gestartet!